So, hey Leute, heute sind wir auf dem Rödo-Vorschießen und wir werden jetzt ein bisschen Kategorie 1 zünden, also eine komplette Tüte. Viel Spaß! Und weiter geht's hier mit diesen Kräften, die hier sind einfach weg, alle weg. So, ich würde sagen, jetzt machen wir mal die Side-Zone. Was ist das? Vielen Dank. Applaus Also jetzt gibt's ein bisschen Brummer, schöne Massenzündung. Willst du die alle da rein halten oder was? Ja, aber komm, mach ich noch ein paar Einzelnen? Jetzt machen wir eine schöne Massenzündung. Ja, so, 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 dann rein. Ja, so, 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 so. Jetzt, das haben wir jetzt hier noch in der schönen Tüte drinne. Crazy Eyeball. Oh. 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 Also, Italien, auf dem Boden. Und jetzt meine Freunde, Leslie Wondercone, die ganz bei Norma, ne? Komm jetzt mal den Doppelpack. 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 Also wirklich mega krass die Teile. Komm jetzt mal den Doppelpack. Komm jetzt mal den Doppelpack. Komm jetzt mal den Doppelpack. So Freunde, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Bisschen laut hier. Ihr seht ihr, was hier los ist. Richtiges F1-Gedriff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020